Hallo liebe Wandercup-Freunde, jetzt ist es endlich soweit. Wir können wieder auf die Berge auf und wir können uns vor allem wieder sehen. Wir haben alle Abstinenz, dass wir ein Jahr lang warten oder eineinhalb Jahre sogar warten müssen, bis wir wieder den Wandercup durchführen können. Die DT hat uns grünes Licht gegeben. Wir sind in den Startlöchern. Wie gesagt, wir haben alles vorbereitet und wir freuen uns auf ein fröhliches Wiedersehen in Kitzbühel und da lassen wir es richtig aufgehen und dort jetzt die Wadel einfetten, weil ich weiß, wir waren immer der Hammerjahr, aber jetzt müssen wir wieder fit sein und wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Kitzbühel.